Ich wünsche mir von der VSS zum 100-Jahr-Jubiläum, dass er noch viele hunderte Jahre weiter bestehen kann, dass man viele Studierendeorganisationen der ganzen Schweiz vertreten kann, sowohl die PHs als auch die ETHs, die Universitäten und auch viele Fachhochschulen, dass sie alle voneinander profitieren können und dass wir noch viele Studierendenanliegen nach Bundesbern bringen können. Der VSS ist, wie hier schon steht, deine Stimme in Bundesbern. Er setzt sich für Studierendenanliegen ein und macht quasi Lobbyingbetriebe für studentische Anliegen in Bundesbern. Ich habe zum einen sehr viel über die Hochschulpolitische Landschaft in der Schweiz gelernt, natürlich. Ich habe gelernt, lange Diskussionen zu führen mit Personen, die vielleicht nicht immer meine Meinung sind, aber dass man dann gleich zu konstruktiven Lösungen findet. Ich habe sehr viel Verantwortungsbewusstsein gelernt, Pflichtbewusstsein und selbstständiges Arbeiten. Arbeiten 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 Untertitelung des ZDF, 2020